Mein Name ist Thomas Rachel. Ich bin der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete des Kreises Düren und Parlamentarischer Staatssekretär der Bundesregierung. Neben den Tagebauern im Norden und der Eifel mit ihrem Nationalpark im Süden prägt das Forschungszentrum Jülich unseren Kreis, der zu Recht von der Bundesregierung zum Ort der Vielfalt ernannt wurde. Ob Natur oder Kultur, Bildung oder Brauchtum, unser Kreis Düren hat einiges zu bieten. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, setze ich mich für Sie ein, für unsere heimische Wirtschaft, durch die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie ihrer Beschäftigten, für beste Chancen von Anfang an, durch Verbesserung der Bildung, Investitionen in Kitas, Schulen und Jugendarbeit, wie auch steuerliche Anreize für die Schaffung von Wohnraum für Familien. Für die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen, die eine Kultur des Mitmachens schaffen, durch finanzielle Mittel, unterstützende Programme, wie auch gesetzliche Vereinfachungen. Für die Wertschätzung unserer Heimat und die Pflege unserer kulturellen Wurzeln, durch die Förderung zum Erhalt von Denkmälern. Für einen verträglichen Strukturwandel in unserer Region, durch Innovationen, die Chancen für unsere Betriebe und Arbeitsplätze schaffen. Dies und mehr soll auch weiterhin mit einem ausgeglichenen Bundeshaushalt geschehen. Denn das ist der Schlüssel zur Zukunft. Für Deutschland und unsere Region, in der wir gut und gerne leben. Damit ich mich auch weiterhin mit Verantwortung für diese Zukunft einsetzen kann, bitte ich am 24. September um Ihre Stimme.